Der Trainer öffnet vorgefertigte HTML-Dokumente in den einzelnen Frames über Öffnen in Frame. Danach erstellt er ein weiteres Frameset, bei dem er abermals die Parameter bestimmt und Änderungen im Quellcode vornimmt, um dann ein Frameset in eines der Frames zu laden. In diesem Video werden wir unser vorbereitetes Frameset mit anderen Seiten füllen. Ich öffne das kurz mal, dieses frameset.html. Gehe mal nur in die Entwurfsansicht. Also hier liegen jetzt ja einfach nur drei farbige Seiten drin. Und ja, wir werden da andere Seiten hereinladen. Und dann legen wir uns ein neues Frameset an und werden dieses Frameset dann in das andere positionieren. Werfen wir zunächst nochmal einen Blick hier in dieses Frameset. Ich muss zu diesem Zweck nochmal Fenster Frames öffnen. Das ziehe ich mir einmal hier heraus. Okay, und jetzt kann ich ja hier auf die Ränder klicken. Und hier kontrolliere ich nochmal schnell alles. Also Rahmen nein, Rahmenbreite auch null. Die Höhe hier ist 96. Klicke ich kurz in den unteren. Der ist vom Wert her relativ. Also das heißt, der verschwindet, wenn das Fenster verkleinert wird. Die anderen beiden hier eben nicht. Dann mache ich hier nochmal einen Klick in dieses Frameset. Das ist quasi auch schon ein Frameset im Frameset. Hier sehen Sie auch wieder alles nein, null, 245 Pixel von der Breite. Und der ist auch wieder relativ. Nochmal einen Klick in die einzelnen Frames. Hier fehlt noch eine null. Kurz speichern. Und hier ist alles okay. Der braucht also Scrollbars. Schon noch eben in die Sidebar. Keine Scrollbars, kein Rahmen. Main Content. Und soll Scrollbars haben. Aber auch hier Randbreite, Randhöhe 0 und Rahmen 9. Und dann werfen wir nochmal einen Blick in den Header. Auch hier 0, 0, 9, 9. Das ist alles richtig. Okay, nochmal schnell alles speichern. Und jetzt klicke ich einmal einfach hier oben in diesem Bereich. Da liegt momentan meine Header HTML drin. Und ich sage jetzt einfach Datei öffnen in Frame. Und ich öffne hier drin Head Navi. Sage okay. Dann habe ich also schon mal dort oben meine Navigation. Klicke dann in diesen Sidebar Frame. Und sage wieder Datei öffnen in Frame. Dann ist es das Dokument Sidebar. Okay. Und ich klicke einmal hier in diesen Frame. Und sage Datei öffnen in Frame. Und das ist dann die Seite Main Content. Okay. Ich sage kurz wieder Datei alles speichern. Schauen wir uns das Ganze kurz im Browser an mit F12. So sieht das also bisher aus. Und wie Sie sehen, verschiebt sich das hier alles so, wie ich das gar nicht haben möchte. Und das kann ich jetzt also auch noch ändern. Ich schließe mal wieder den Browser. Frames ziehe ich etwas zur Seite. Und dann lege ich mir ein neues Dokument an. Ich sage also Datei neu. Und bin hier Seite aus Beispiel in diesem Bereich. Framesets. Und dann sage ich hier einmal Teilung vertikal. Ich sage erstellen. Und das kann man so lassen mit Mainframe. Das ist okay. Ich sage hier erstmal okay. Und dann speichere ich dieses Dokument einmal. Framesets speichern unter. Und das nenne ich jetzt einfach Index. Speichern. Und dann vergebe ich auch gleich ein Page-Title. Das sind nämlich Sachen, die man gerade bei Framesets hinterher sehr gerne vergisst. Und nochmal STRG S zum Speichern. Okay. Jetzt möchte ich aber nicht zwei Spalten haben, sondern drei Spalten. Das kann ich am einfachsten lösen, indem ich hier in den Code reingehe. Und dann sehen Sie hier oben Colts, also Spalten. Und dann setze ich hinter dieses Sternchenzeichen einfach ein Komma. Und trage auch da nochmal ein Sternchen ein. Das heißt, jetzt habe ich also drei Spalten. Speichern. Kurz in die Entwurfsansicht. So, jetzt habe ich also drei. Gut. Soweit schon mal gut. Die sind momentan alle auf Relativ gesetzt, wie Sie hier sehen können. Und ich lade jetzt hier einmal schon mal Seiten herein, die ich auch vorbereitet habe. Klicke einfach hier rein wieder und sage Datei öffnen in Frame. Und das ist dann die Seite Left. Und hier in den rechten Bereich sage ich dann Datei öffnen in Frame. Und das wäre dann die Seite Right. Und das sind quasi nur Platzhalter. Steuerung S. Nur kurz hier ein Klick auf den Rahmen, damit das Frameset wieder erkannt wird. Steuerung S. Okay. Also, das ist in Ordnung. Relativ, relativ, relativ. Und jetzt klicke ich noch in die einzelnen Frames. Der heißt also Left Frame. Das ist okay. Der soll nicht scrollbar sein. Randbreite, Randhöhe jeweils 0. Und Rahmen, nein. Kurz immer mit Enter bestätigen. Sonst vergisst der Dreamweaver hin und wieder schon mal, da einen Wert zu übernehmen. Ich klicke in den Mainframe. Rollen auch, nein. Also Rollen sind Scrollbars. Ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Und auch hier, nein. Alles komplett, kein Rahmen. Kurz Enter und Steuerung S. Und dann gehen wir in den rechten Frame. Und der soll halt auch heißen Right Frame. Rollen, nein. Randbreite 0. Randhöhe 0. Rahmen, nein. Und ich sage wieder Steuerung S. Okay, das ist soweit. Jetzt klicke ich hier in diesen mittleren Bereich. Sie sehen, hier ist noch unbenanntes Dokument. Also hier müsste jetzt normalerweise eine HTML-Seite drin liegen, die wir noch nicht haben. Deswegen unbenanntes Dokument. Und dann gehe ich jetzt wieder auf Datei. Öffnen in Frame. Und ich nehme jetzt mein Frame Set. Und sage hier einfach nur Okay. Das sieht jetzt noch ein bisschen erbärmlich aus, aber das wird sich gleich ändern. Ich sage kurz also mal Steuerung. Datei. Alles speichern. Und Sie sehen also jetzt, er hat in dem mittleren Frame mein Frame Set geladen. Also Frame Set in Frame Set. Gut. So, ich klicke hier nochmal auf den äußeren Rahmen. Ich bin also wieder in meiner Index-HTML. Das ist das Dreier-Frame Set. Links, Mitte, rechts. Und gehe nochmal in die Code-Ansicht. Und jetzt mache ich folgendes. Hier habe ich ja die Spalten. Und die sind momentan alle relativ gesetzt. Ich markiere hier mal den mittleren. Und sage hier 1024. Mein Grundlayout ist halt 1024 Pixel-breit. Datei. Alles speichern. Und dann können wir mit F12 in die Browser-Vorschau wechseln. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Ich ziehe das hier mal etwas breiter. Sie sehen also, das innere Frame Set bleibt schön stehen. Hier kann ich scrollen. Und links und rechts sind dann entsprechend meine Seiten. Okay, ja, das wie gesagt zum Thema, ich schließe mal hier die Browser-Ansicht, das zum Thema verschachtelte Frame Sets, beziehungsweise Frame Sets in Frame Sets laden. Und natürlich hier, wichtig dieser Hinweis, Datei öffnen in Frame. Wenn ich also hier reinklicke, dass ich das entsprechend ändern kann. Und da müssen wir jetzt ein правовой Harbieren. Vielen Dank.